Stefan Fürstner. Ja, wir sind überglücklich, jetzt endlich mal den Bock umgestoßen zu haben. Wir haben eine tolle kämpferische Leistung gezeigt und absolut verdient auch 3 zu 1 gewonnen. Ich bin froh, wieder bei der Mannschaft sein zu können, habe meine Verletzung komplett auskuriert und kann somit auch wieder voll ins Geschehen eingreifen. Und zu den letzten Wochen, die waren nicht ganz so einfach für das Team, für den ganzen Verein, auch nicht für die Fans. Und von daher hoffen wir uns, dass das Spiel jetzt gegen Düsseldorf auch ein Knotenlöser war und dass wir jetzt noch weitere Siege einfahren werden. Da gibt es viele, am meisten die, die nicht in die Zweikämpfe gehen wollen, weil die tun einem nicht weh. Braunschweig ist eine sehr heimstarke Mannschaft. Mit den Fans im Rücken können sie natürlich auch über sich hinaus wachsen. Wir probieren da mit allen dagegen zu halten und natürlich unser Spiel den Gegner aufzudrücken. Wir wollen ja den nächsten Punch setzen. Mein Ergebnis-Tipp ist, ist 1 zu 2. Wir gewinnen 2 zu 1.